Die Xbox One X ist erst 2017 auf den Markt gekommen, also noch ein relativ junges Produkt. Microsoft hat sie damals als die leistungsfähigste Konsole der Welt beworben und darum habe ich sie mir auch geholt. Neupreis war da noch 500 Euro und drei Jahre später sind wir hier. Microsoft hat die neue Xbox Series S vorgestellt. Es ist die kleinste Xbox aller Zeiten und es ist eine Next-Gen-Konsole. Die es schon für 299 Euro zu kaufen geben wird. Heute stelle ich euch das Produkt vor und vergleiche es auch mit der Xbox One X. Ich spreche über alle Details zur Xbox Series S, verrate euch alles, was ihr dazu im Grunde wissen müsst und kläre auch einige ganz interessante Fragen zum Produkt. Fangen wir einmal an beim Preis. Das ist in Wahrheit die spannendste Sache an der Xbox Series S. Die neue Konsole wird für 299 Euro auf den Markt kommen und es ist eine echte Next-Gen-Konsole. Das heißt, alle Spiele, die jetzt für Xbox Series X erscheinen, also alle Next-Gen-Games, werden auch auf der Xbox Series S spielbar sein. Und das, obwohl sie deutlich weniger Leistung hat als die Xbox Series X. Zur Performance kommen wir gleich noch, aber die zweite Sache, über die ich mit euch sprechen will, ist das Design. Das Design der Xbox Series S erinnert natürlich stark an den Vorgänger, also an die Xbox One S. Und ich finde, das ist eine wirklich gute Sache. Wobei es gibt eine Ausnahme, diese runde, schwarze Lüfter-Auslass-Ding da hinten, ich finde, das ruiniert ein bisschen das Design. Es ist meine Meinung. Denn die Xbox One S war für mich die schönste Konsole aller Zeiten. Und ich finde auch die Geschichte ganz interessant und auch genial, wie dieses Design entstanden ist. Nur ganz kurz zusammengefasst. Im Jahr 2012 machte sich ein junger Designer namens Andrew Kim die Mühe und kreierte ein brillantes Redesign für Microsofts gesamtes Firmen-Image. Er hat ein neues Logo vorgestellt für Windows, für Surface, damals auch Windows Phone. Und es war mega innovativ. Und Microsoft hat diesem Jungen, einfach einem Blogger im Internet, einen Job gegeben. Er soll die Xbox One S designen. Und das tut er und das Ergebnis kennen wir. Später wechselte der Mann übrigens dann zu Tesla, wo er auch das Model 3 designt hat. Und dann auch den Tesla Roaster. Also Geschmack hat er. Und jetzt ist er halt bei Apple. Aber zurück zum Thema. Ich finde echt, die Xbox One S ist auch bis heute noch die schönste Spielekonsole, die man sich ins Wohnzimmer stellen kann. Vielleicht sogar das schönste Technikobjekt überhaupt. Ich meine, da könnt ihr mir gerne widersprechen. Auch gerne in den Kommentaren, wenn ihr wollt. Ich verstehe, dass die Xbox Series S diese DNA beibehält. Aber dieser schwarze Kreis für den Lüfterauslass, der ist gewöhnungsbedürftig. Der gefällt mir persönlich jetzt erstmal nicht. Generell ist das Design der Next-Gen-Konsole ziemlich gewöhnungsbedürftig. Egal, ob wir jetzt von der PS5 oder von der Xbox Series X sprechen. Aber was sagt denn ihr dazu? Welche Konsole findet ihr am schönsten? Und welche werdet ihr euch denn ins Wohnzimmer stellen? Sagt es mir gerne in den Kommentaren. Aber man muss auch sagen, alles was irgendwie neu ist, ist immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ist auch bei Neuwagen so. Ein neues Auto wird vorgestellt und jeder findet es hässlich. Und nach ein paar Generationen, dann gewöhnt man sich irgendwie dran, wenn man es halt auf der Straße dauernd sieht. Aber kommen wir zum nächsten Punkt. Wie stark ist denn die Xbox Series S? Im Vergleich zur Xbox One X haben wir bei der Xbox Series S nicht mehr die GPU der GCN-Architektur, sondern die weitaus moderneren AMD-Grafikchips der RDNA2-Architektur und Zen 2-CPUs sind ebenfalls drin. Zu den Details komme ich gleich noch vorher. Noch eine Sache. Jeder weiß, dass die Xbox One X 6 Teraflops Grafikleistung bietet, während die neue Xbox Series S, vielleicht habt ihr das jetzt gehört, nur noch vier Teraflops schafft. Was hat es denn damit auf sich? Ist die Xbox Series S jetzt gar schwächer als die Xbox One X von vor drei Jahren, nur weil sie halt jetzt die günstigere Konsole ist? Das ist wirklich eine gute Frage. Und ich habe mir die Frage auch selbst gestellt. Ich wusste es auch einfach nicht. Denn die klare Antwort hierauf lautet Nein. Bei der hohen Leistung, mag das zwar irgendwie sein, aber die neuere RDNA2-Architektur ist deutlich effizienter und kann diese Leistung wesentlich besser in Gaming-Performance dann umwandern. Das heißt, man bekommt trotz quasi weniger Leistung in Teraflops mehr FPS. Das beste Beispiel ist in Wahrheit die RX Vega 56, die noch auf der GCN-Architektur basiert und 10 Teraflops Leistung bietet. Diese Desktop-Grafikkarte eben. Und man macht dann den Vergleich zur RX 5700 mit 8 Teraflops. Aber die hat dann RDNA1-Generation. Bei Gaming-Performance ist die RX 5700, das dürfte allen PC-Gamern bekannt sein, wesentlich, wesentlich schneller. Aber wenn man die Teraflops in Gaming-Performance irgendwie umrechnet, könnte man sagen, die 4 Teraflops der Xbox Series S sind etwa 6 bis 8 Teraflops der vorherigen Generation, also der Xbox One X. Ich muss zugeben, ich selbst hatte den Denkfehler gemacht, weil, naja, 4 ist halt kleiner als 6. Aber die Xbox Series S ist wohl tatsächlich leistungsfähiger als die Xbox One X, auch wenn es da kein 4K-Gaming gibt. Und hier sind wir auch direkt bei den Specs der Xbox Series S, die mal wirklich interessant sind. Die billigere S-Xbox hat nämlich denselben 8-Kern-Prozessor wie die Xbox Series X. Dieser taktet allerdings nicht mehr mit 3,8 Gigahertz, sondern nur mit 3,6 Gigahertz. Und das dürfte hauptsächlich am kompakteren Farmfaktor liegen. Aber hier ist noch ein witziges Detail. Der Prozessor der Xbox Series S ist ja der gleiche wie in der Xbox Series X und er taktet auch schneller als der in der PlayStation 5. Das ist auch ganz interessant. Sony bietet zwar ebenfalls einen Zen 2 Octa-Core, allerdings hat der eine maximale Taktrate von 3,5 Gigahertz. Und die Xbox Series S hat 3,6 Gigahertz. Well played, Microsoft. Well played. Aber natürlich ist die CPU-Leistung bei Konsolen längst nicht alles. In Wahrheit sogar macht das ziemlich wenig aus. Microsoft spart im Vergleich zur Xbox Series X an zwei Stellen etwas Geld. Der Grafikchip bietet 20 Rechenkerne, also 20 Compute Units, CU's häufig abgekürzt, während die PlayStation 5 36 und die Xbox Series X hat ganze 52 CU's. Diese arbeiten bei der Xbox Series S mit einem Chip-Takt von 1,5 Gigahertz, also nochmals etwas geringer als bei den anderen Konsolen. Also bei der Grafikleistung ist sie tatsächlich dann auch schwächer als die PS5 natürlich. Das hat als Resultat, dass man kein 4K Gaming ermöglichen kann, was bei der Xbox One X immerhin geht. Aber man muss es halt auch in Relation stellen. Dafür gibt es bei der Xbox Series S QHD Gaming, also mit 1440p-Auflösung und das halt nicht mehr bei höchstens 60 FPS wie bei der One X, sondern jetzt mit 120 Bildern pro Sekunde. Es gibt außerdem 10 Gigabyte GDDR6-Arbeitsspeicher beziehungsweise kombinierten Grafikspeicher und damit 6 Gigabyte weniger als bei den größeren beiden Konsolen, also Xbox Series X und PS5. Und die Xbox Series S hat auch nur 512 Gigabyte Speicher. Aber erfreulicherweise sind es ebenfalls schnelle NVMe SSDs und es gibt ebenfalls diesen proprietären Erweiterungsanschluss für zusätzlichen Speicherhalt auf der Rückseite. Damit wird die Xbox Series S praktisch alle Features und auch alle Games der Xbox Series X unterstützen. Das ist eine gute Sache. Aber man bekommt sie für einen deutlich günstigeren Preis. 200 Euro weniger immerhin. Aber es gibt halt eine Ausnahme, wo die Xbox Series X mehr kann als die Series S. Die Series S wird nämlich eine All-Digital-Konsole sein und das ist irgendwie auch der zweite Bereich, wo Microsoft enorm viel Geld spart. Man verbaut kein Blu-ray-Laufwerk mehr und damit werdet ihr Spiele nicht mehr auf Discs spielen können und diese ebenfalls halt online erwerben müssen. Entweder über den Microsoft Store oder über gewisse Keyseiten. Falls ihr übrigens Xbox-Spieler seid, findet ihr passend dazu einige ganz gute und zuverlässige Keyseiten in der Beschreibung, wo ihr Xbox Games deutlich günstiger kaufen könnt und wo ich mir selbst meine Games und Mitgliedschaften zu deutlich günstigeren Preisen als halt sonst üblich holen kann. Aber zurück zum Thema. Abgesehen vom fehlenden Laufwerk bietet die Xbox Series S im Grunde dieselben Features wie die Xbox Series X. Es gibt einen USB 3.2-Anschluss an der Front, worüber ihr zum Beispiel eine externe Festplatte oder einen USB-Stick anschließen könnt. Aber diese externen USB-Medien könnt ihr nicht mehr zur Installation von Games nutzen. Das heißt, ihr könnt eure Games nicht mehr auf externe Festplatten halt auslagern, außer auf diesen proprietären Speicherchip. Externe Festplatten könnt ihr jetzt nur noch für digitale Medien verwenden, beispielsweise für eure Filme oder für Musik. Wer den 512 GB Speicher erweitern möchte für mehr Games, muss ein eigens dafür geschaffenes Expansion Card-Ding kaufen, die eben an der Rückseite angeschlossen werden kann. Diese wird mit einem Terabyte Speicher angeboten und sie wird über einen schnellen PCI-Express-basierten Anschluss eben an der Rückseite verbunden. Damit ist dieser externe Speicher immerhin genauso schnell wie die interne SSD. Das behauptet zumindest Microsoft. Und man unterstützt damit die Next-Gen-Features, wie schnellere Ladezeiten, den schnellen Wechsel zwischen mehreren eingeschalteten Games und generell die Funktion von Xbox Velocity. Und das hat auch einen enormen Vorteil, denn die Xbox Series S unterstützt im Grunde dieselben Features wie die Xbox Series X. Und eine wichtige Frage für viele Spieler dürfte natürlich auch sein, ob man mit dem 512 GB Speicher der Xbox Series S auskommen kann. Denn wer schon eine Xbox One S hat, mit nur 500 GB Speicher, der weiß wohl auch, wie schnell es da eigentlich ziemlich knapp wird. Ich meine, bei meiner Xbox One X wird es auch schon knapp mit einem Terabyte. Wo Game Downloads über 100 GB keine Seltenheit sind im Grunde, ist die Frage auch ernsthaft wirklich berechtigt. Hier haben die Next-Gen-Konsolen, sowohl von Microsoft als auch von Sony übrigens, also da macht es fast keinen Unterschied, wobei, da so komme ich gleich, die haben da einen großen Vorteil. Und zwar unterstützen sie dank dieser schnellen SSDs und auch der leistungsfähigeren Hardware eine Dekomprimierung von Dateien in Echtzeit. PlayStation hat das zum Beispiel auch mit seiner Kraken-Technologie auch ziemlich, ja, publik gemacht im Prinzip. Und da bieten sie eine Texturenkomprimierung von laut ersten, ja, Schätzungen und auch von Sonys Werbung im Prinzip. Die kann bis zu 30% die Texturen quasi komprimieren. Aber Microsoft hat da sogar anscheinend zumindest eine bessere Technologie. Microsoft hat zwei Arten der Komprimierung direkt im Hardware-Level für die Next-Gen-Konsolen implementiert und das gilt auch für die relativ speicherarme Xbox Series S. Für generelle Spieldaten nutzt man CLIP, eine bekannte, offene Programmbibliothek für verlustfreie Datenkomprimierungen. Für die Texturen, die ja dank immer höherer Auflösungen auch immer größer werden, setzt Microsoft aber auf eine eigene Technologie, die nennt sich BC-Pack und zu der ist relativ wenig bekannt, da wurde relativ wenig publik gemacht dazu, außer, dass sie relativ beeindruckend sein soll und dafür will sich auch Microsoft irgendwie von Sony absetzen. BC-Pack soll bislang unerreichte Werte bei der Datenkomprimierung erreichen und die Größe der Texturen auf der SSD um bis zu 50% reduzieren können. Das bedeutet, Games werden deutlich weniger Platz auf der SSD-Verbrauchung und das Entpacken wird in Echtzeit möglich sein. Also das während das Spiel läuft und ganz ohne Performance-Verlust. Heutige Games haben ihre gigantischen Größen, oft war es zu einem Großteil den enormen Texturen zu verdanken und Microsofts Next-Gen-Technologie könnte dafür sorgen, dass sie aus den 512 GB wesentlich mehr rausholen können und dass es da deutlich mehr quasi Platz für Games gibt, als es auf den ersten Blick mit 500 GB irgendwie wirkt. Microsoft hat bereits das Datum für einen Release für die Xbox Series S genannt. Die günstigere Konsole und auch die Xbox Series X werden am 10. November 2020 auf den Markt kommen. Die Vorbestellungen starten bereits am 22. September, also nicht mehr allzu lange hin. Und jetzt kommt auch die letzte Frage. Solltet ihr die Xbox Series S kaufen? Das kommt wirklich darauf an, was ihr von einer Konsole erwartet und was ihr auch braucht. Für Hardcore-Gamer mit einem uneingeschränkten Budget ist sie natürlich keine Option. So ehrlich muss man sein. Nach der Vorstellung der neuen Nvidia RTX-Grafikkarten fürchte ich aber, dass auch die High-End-Konsolen, also die Xbox Series X und auch die PlayStation 5, naja, womöglich überholt sind, wenn man ganz ehrlich ist. Und da vielleicht eine Investition in einen Gaming-PC womöglich mehr bringen wird. Wer aber eine Next-Gen-Konsole fürs Wohnzimmer will und dafür eben nicht allzu viel Kohle ausgeben möchte, hat mit der Xbox Series S eine hervorragende Option für nur 299 Euro. Und die Xbox Series S macht für mich eine weitere Sache klar. Es gibt keinen Grund mehr, eine Xbox One X zu kaufen. Eine neue Xbox One X gibt es im Preisvergleich momentan nicht unter 300 Euro. Und das ist ein pervers hoher Preis für dieses Produkt, ganz ehrlich, wenn es mittlerweile in, ja, zwei Monaten praktisch überholt ist. Und es macht damit absolut keinen Sinn, eine alte Konsole mehr zu kaufen, in diesem Preisbereich. Auch nicht gebraucht, ganz ehrlich. Denn selbst gebrauchte Konsolen kosten nicht wirklich weit unter 200 Euro. Und somit lohnt es sich auf jeden Fall noch, die 100 oder 150 Euro von der Xbox One X auf die Xbox Series X einfach hochzusparen, falls man die Möglichkeit dazu hat. Jedenfalls muss ich sagen, ein ganz interessantes Line-Up von Microsoft für die nächste Generation, dass sie jetzt also zwei Konsolen machen. Man macht strategisch, meiner Meinung nach, sehr vieles richtig, indem man Sony mit diesen Produkten quasi, ja, einkesselt. Man hat ein günstigeres Produkt mit der Xbox Series S, mit weniger Leistung, womit man, ja, man muss es auch ehrlich sagen, echt viele Kunden ansprechen wird, die halt einfach die günstigste Next-Gen-Konsole haben wollen. Sie wollen Next-Gen-Games, aber halt nicht so viel Geld für die Hardware ausgeben. Und dann hat man mit der Xbox Series X ein High-End-Produkt, also im oberen Preisbereich, das eben eine Zielgruppe anpeilt, die eben nur die leistungsfähigste Konsole auf der Welt haben will. Und man muss auch sagen, bei der Xbox One X hat das auch hervorragend funktioniert. Wobei ich persönlich denke, besonders die Xbox Series X, aber auch die Playstation 5 leiden extrem darunter, dass Nvidia ja vor ein paar Wochen seine neuen GPUs gerade jetzt halt vorgestellt hat. Denn wenn ich die beste Performance für die Next-Gen haben will und für mich der Preis auch keine Rolle spielt, dann kann ich doch gleich ein bisschen mehr Geld ausgeben für einen echten Gaming-PC. Nvidia hat dieses Argument eigentlich erst jetzt so richtig interessant gemacht mit den neuen RTX 3000er-Grafik-Karten. Und genau darum ist es vielleicht sogar ganz wichtig, dass Microsoft die Xbox Series S vorgestellt hat. Vielleicht ist das der klügste Schachzug der nächsten Generation. Weil damit macht man Konsolengaming nochmal wesentlich erschwinglicher. Und macht auch eben nicht genug teuer, wo man sich halt so fragt, naja jetzt 500 Euro für die Xbox Series X oder gleich eine neue Grafikkarte. Und die Xbox Series S weicht halt irgendwie diesem Vergleich mit dem Gaming-PC komplett aus, weil sie halt deutlich günstiger ist. Ja, das war es dann eigentlich schon zur Xbox Series S und alles, was es dazu zu wissen gibt. Welche Konsole werdet ihr euch holen? Sagt es mir gerne in den Kommentaren. Ich bin echt gespannt auf eure Antworten. Ich würde mich jedenfalls über einen Daumen drauf für unser Video freuen, wenn es euch gefallen hat, sowie ein Abo für unseren Kanal, wenn ihr noch mehr Tipps, Tricks und Tests zum Thema Windows 10, Xbox und generell Microsoft sehen wollt. Das war es von mir. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.